Ja, Hallihallo! Mission Nummer 3 steht an, hier bei Schlacht um Mittelerde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir checken jetzt mal Lord Lorien und wenn ich mich richtig erinnere, war das ziemlich schwer. Das war ziemlich... Die Gemeinschaft hat die Minen Morias überlebt, doch die Orks lassen sie nicht ruhen. Nun suchen sie Schutz im Elbenreich Lord Lorien. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, dann war die Mission wirklich ziemlich hart. Die war... Jetzt müssen wir da nach Lorien rein. Ich meine, wir haben zwar mehr Einheiten, als wir haben sollten bei Gandalf, aber es wird trotzdem heftig. Der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen. Aua! Schnell! Lauf! Schnell, wir müssen Lord Lorien erreichen! Sie sind überall! Jetzt wissen wir auch, warum sie den Sprecher, den Originalsprecher für Gandalf geholt haben. Weil der natürlich... Weil der natürlich die Lions einsprechen musste, die es nicht in den Film geschafft haben. Gut, da wären wir gleich mal der Level Legion da. Der Feind, in Deckung der Lacht! Wir dürfen nicht versagen! Was ist das Ding? Ich glaube, den schaffe ich! Ich kämpfe Männer des Westens! Es tut jetzt nicht so lang. Ich habe den Legolas nicht dringend. So! Hat der Level gekriegt? Na, aber Frodo hat fast eins. Okay! Dann wollen wir. Wir müssen nach Lothlorien. Nehme ich mal an. Bringe die Mannschaft nach Lothlorien. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Punkte. Herr Herrscherbräune ist's. Widergates! Zwei Bataillone Elbenbogen schützen. Groß Hinterhalt! Wir müssen's helfen! Wir sind's hier! Deine Sorge! Hier ist ein Zwerg der euch. Wir müssen's noch angegriffen! Schnell! Wir müssen Lothlorien erreichen! Okay. Wir haben nicht viel Zeit! Mach mal schon! Du nicht stressen. Jetzt ist er übrigens schon Gandalf der Weiße. Wir dürfen nicht zögern! Geht jetzt! Okay, wie gesagt. Continuity zerstört. Zerschmettert! Ach ja. Wir haben einfach mal Gandalf in der Glorien mit. Oh! Neodon. Macht's was weg! Au! Tausend! Tausend Einheiten Ressourcen hat das kaputt. Ziemlich geil. Ah ja, ich kann mich erinnern, da kann ich ja jetzt nichts bauen drinnen, gell? Okay, da sind noch Sägewerke. Okay, das ist jetzt ein Bonusziel, die Sägewerke zerstören. Das werden wir uns dann nachher gleich anschauen. Erstmal über die Brücke nach Lohrien rein. Ja. Was? Ja, warte. Wir brauchen Kasernen, um mehr Kriege auszuwägen. Uh, da stehen überall Schatzkisten rum. Heute kämpfen wir! Das sind schon viele. Ich mein, cool, aber... Gut, ähm, ja. Na dann legen wir mal los. Was sonst noch irgendwo? Ja, ne? Ich werde mein Volk verteidigen. Da ist noch ne Kiste. Da ist noch ne Kiste. Ich werde mein Volk verteidigen. Schnell, Elben der Wälder. Haltet nach dem Feind Ausschau. Wir müssen rasch handeln. Ja, dann machen wir das halt. Gut, aus dem Norden, das heißt, die brauchen wir mal nicht. Boah, das muss jetzt alles recht schnell gehen, deswegen sorry, falls ich da jetzt... Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Ich glaube, dort ist der Feind. Ja, ja, das passt schon. Sollen sie mal kommen. Obst nähern sich der nachwestlichen Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. Elbenkrieger. Schnell, Elben der Wälder. Wir dürfen nicht fallen. Wo ist der Legolas? Du kannst dich da ruhig in die Mitte reinstellen. Boah, wie ein Schiss. Braucht sie mir, Leute. Dann Chandalf. Chandalf, du stehst da ein bisschen schlecht. Nein, nein. Wir müssen bereit sein. Du sollst dich da verpüßen. Da, das passt schon. Die machen wir mal schon. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr Elben. Ich glaube, dort ist der Feind jeher. Bleibt wachsam, Elben. Bleibt wachsam, Elben. Bleibt wachsam, Elben. Rötet den Troll. Ja gut, okay, jetzt ist die Ruhe, jetzt sind sie der Räscher drin. Okay, na dann kämpft es halt. Ich wollte zwar eigentlich meine Gemeinschaft da ein bisschen raushalten, aber... Dann halt Mist. So. Zeit bereit. Okay, hält man das auch. Halt mir. Der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen. Schicke Verstärkung los. Noch mehr. Psst. Wir haben nicht viel Zeit. Orks nähern sich der nordwestlichen Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. Hier geht es dann mal weg. Kurz. Hier entlang. Sieht eure Waffen, Elben. Schnell, Elben der Wälder. Na gut. Ja, das wird jetzt knapp. Oh, holy schmoly. Schießt auf den, solange er noch am Boden liegt. Okay. Und jetzt? Jetzt kann Unit 1 rein. Kommt die Mission wieder jumpen? Ja, kann er. Oh, da ist das Jump gleich da noch gemacht. Boom. Oh. Oh. Hoppla. Entschuldigung. Das war nicht absichtlich. So. Ah, okay. Ich hab keine Probleme. Okay, passt. Also, die haben wir mal alle besiegt. Jetzt werden wir die Gunst der Stunde nutzen. Da mal schnell rauschargen. Und dieses Ding da plätten. Mit der Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft kann das. Außerdem brauche ich ganz dringend die Rohstoffe. Seid bereit. Orks nähern sich der westlichen Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. Schreibt sich zurück in den Schatten. Oh man. Elben Krieger. Elben, hierher. Eilt euch. Oh man. Wir dürfen nicht warten. Wir dürfen nicht zögern. Bleibt wachsam. In den Wald. Der Feind ist nah. Ja, soll er kommen. Spickt sie mit Beinen. Weg mit ihm. Erst einmal dran, erst einmal dran. Mach's n weg. Mach's n schneller weg. Mach's n schneller weg. So passt. Wir haben wieder Kohle. Wow. Das war's. Oh man. Jetzt muss schnell gehen. Einmal. Einmal. Da baue ich schon. Die schicken wir auch da hin. Und zweites schicken wir auch da hin. Wie viel haben wir noch? Na ja. Ein paar haben wir noch. Ja, das schaut gut aus, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das schaut besser aus, als ich gedacht hätte. Ich will's jetzt nicht verschreien, aber das schaut echt grad ganz gut aus. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Bast. Wir haben einmal alle Bonusziele erfüllt. Wir sind hier um Mittelerde zu schützen. Die Trolle und Orcs bereiten sich auf einen letzten Angriff vor. Ja, nur wo? Wir müssen die Wälder schützen. Hier entlang. Bleibt wachsam. Was welche Richtung kommt? Wo? Oh fuck. Bleibt eure Waffen, Elbe! Oh fuck. Sie sind keine Gegner. Nein, wachsam. Seid bereit. Hier her. Seid bereit. Sie sind keine Gegner. Haltet ein... Ihr sollt es nicht in den Rhein rennen, ihr Mongos. Ihr sollt es umbringen. Oh, wow. Schauen wir uns euch um den anderen. So, jetzt scheißen wir drauf. Jetzt rennen wir mit unseren Leuten da auch rein. Ich glaube, es ist sich gerade mal mit dem Frodo in Lever ausgegangen. Wow, das war's. Nice. First Trial, Lorien. Easy. Ich bin halt ein scheißnetter Mensch. So schaut es aus. Mensch, Gemeinschafts. Bäh. Entschuldigung. Aha, Legolas, Pippin und Frodo. Pippin nämlich. Steht nix. Okay. Plus 50 zu Commandos, plus 1 zur Spezialfähigkeit. Ah, da steht's. Pippin. Er hat sechs Gegner besiegt. Und das hat für den Level abgereicht. Währenddessen der Legolas 97 Gegner erledigt hat. Okay. Lass ich gelten. Das war jetzt schon mal ziemlich stark. Die unschuldigen Bürger Rohans müssen gerettet werden. Okay. Also, wir sind wieder bei Rohan. Wir sind wieder bei Rohan. Und jetzt können wir uns dann wahrscheinlich wieder eine Map aussuchen. Aber das ist okay. Dann sind die Folgen hier ein bisschen kürzer. Ich finde das eigentlich eh ganz angenehm. Ist sicher auch angenehmer zum Schauen. Deswegen werden wir auch hier jetzt wieder die Folge beenden. Es freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich werde aber gleich weiter aufnehmen. Das heißt, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Peace und Freundschaft. Euer IG Pferdich und Baba.